Ja, hallo? 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 Schönen guten Tag. Hallo, Anja Schwarz am Apparat. Ich würde gerne Hans Otter sprechen, bitte. Ja, der ist am Telefon. Guten Tag. Ja, schönen guten Tag, Herr Otter. Ich melde mich von der Medienagentur. Von was, bitte? Ich bitte eine Mitteilung für Sie. Wie bitte? Sie hatten ja bei einem kostenlosen Preisausschreiben mitgemacht, Herr Otter. An Ihre Teilnahme erinnern Sie sich sicherlich auch? Ich bin schon ein bisschen älter und ein wenig vergesslich. Aber ich mache das gerne mal, was so in den Zeitschriften von meiner Margret drin ist. Okay, natürlich, kann man auch verstehen. Ja. Also Sie hatten sich bei einem Preisausschreiben beteiligt. Mit Ihrer Teilnahme sind Sie jetzt auch unter die 20 Finalisten ausgelost. Ganz einfach zu einem Datenvergleich. Hans Otter, Otterweg, 56 in Tarp. Das ist Ihre Anschrift. Ja, das ist richtig. Was ist das denn für ein Gewinnspiel gewesen? Das war ein Auto-Gewinnspiel. Ein Auto, ja. Aber eine Frage hätte ich noch, Hans. Ja. Dürfte ich bitte zur Bestätigung einmal den Geburtsdatum von Ihnen vollständig hören? Ja, das ist der 8. Mai 1945. Super, 8. Mai 1945 ist richtig. Ja. Also Sie sind jetzt mit Ihrer Teilnahme unter die 20 Endfinallisten ausgelost. Und damit heißt das, dass Sie bei der Finalisierung dabei sind. Und Sie sind damit ab jetzt auch ein Gewinnspiel. Das ist ja großartig. Ich habe das vor Jahren mal angefangen, weil meine Frau das immer wegwerfen wollte. Ich sage, irgendwann, Margret, wirst du es sehen. Irgendwann. Genau. Und dann hat die Margret immer nur gesagt, ja, die Russen kommen, die Russen kommen. Was haben die Russen denn mit dem Gewinnspiel zu tun? Das ist jetzt aber kein russisches Auto, richtig? Nein, also es sind jetzt 20 Finalisten, 20 Preise. Damit steht also jedem ein Gewinn zu. Wie bitte? Das ist ein 1.000 Euro Wertgutschein auf dem letzten Platz, Herr Utter. Wie bitte? Also Sie werden jetzt nur noch, also es sind 20 Finalisten, 20 Preise. Ja. Jedem steht ein Gewinn zu. Ach, ja. Also der Mindestgewinn. Der kleinste Gewinn ist bei dieser Ziehung 1.000 Euro Wertgutschein. Natürlich ist das auch Ihr Mindestgewinn. Tauschen. Die werden also nur noch ausgelost und je nach der Platzierung bekommen Sie eines der Preise. Wenn es also bei den 5 Hauptplätzen nicht klappt, ist es ein 1.000 Euro Wertgutschein garantiert. Und wofür ist der dann? Daher kann man sich halt auch mal auf einen Gewinn freuen. Außerdem werden Sie alle Gewinne auch komplett steuerfrei erhalten. Darauf komme ich auch gleich nochmal, Herr Utter. Hallo? Wie bitte? Wofür ist denn der Gutschein, bitte? Also es sind unterschiedliche Gutscheine. Da es von dem 6. bis zum 20. Plätzen Gutscheine sind, sind es unterschiedliche. Es sind also Tankgutscheine, Reisegutscheine von Apple Store, Mediamarkt, Samsung, Edeka, Ortsmann, EM. Kann man sich das dann im Gewinnfall aussuchen? Nein, also die Gutscheine, die sind dann je nach Platzierung, Herr Utter. Aber bei den ersten 2 Hauptplätzen können Sie sich dann selber aussuchen. Also wenn ich jetzt den Sachverhalt durchgegangen bin, werden Sie über alles informiert. Und sollten Sie dennoch Fragen haben, dann können Sie es mir gerne immer noch stellen. Also ich werde jetzt mit der Sachverarbeitung anfangen. Können Sie ein bisschen langsamer sprechen? Ich höre nicht mehr so gut. Dankeschön. Okay, gerne. Also, Herr Utter, es sind jetzt 20 Endfinalisten. Dementsprechend sind es 20 Preise. Bei der Finalziehung werden Sie also nur ausgelost und je nach Platzierung bekommt jeder einen Gewinn. Ja. Wenn es für Sie bei den Hauptpreisen nicht klappen sollte, bekommen Sie einen Gutschein in Höhe von 1000 Euro garantiert, weil das der Mindestgewinner auch für Sie ist. Ach so. Also es geht niemand leer raus. Sehr gut. Und meine Aufgabe ist also, dass ich alle 20 Finalisten informiere und für die Finalziehung auch eintrage. Ja. Für die ersten zwei Hauptpläste dürfen Sie sich jetzt bitte selber entscheiden. Also auf dem ersten Platz ist es ein Mercedes AMG oder 76.000 Euro. Was nehmen Sie also für den Hauptpreis als Vorzug? Das ist oder das Auto? Darf man das Auto denn auch nehmen, wenn man keinen Führerschein hat? Ja, natürlich. Ja, dann würde ich doch lieber das Auto nehmen. Gerne. Dann trage ich für den Hauptpreis für Sie das Auto als Vorzug ein. Das ist aber kein russisches Fabrikat. Nicht, dass meine Frau da doch noch recht hat, dass die Russen kommen. Nein. Das ist ein Mercedes. Genauso ein Mercedes, wie Sie kennen. Ja. Auf dem zweiten Platz ist es ein VW Golf 7 oder ein Gegenwert von 24.000 Euro. Was darf es hier sein? Ja, als ich das letzte Mal ein VW gefahren bin, das ist jetzt schon ein bisschen her. Da habe ich dann meinen Führerschein verloren. Dann würde ich da lieber das Geld nehmen. Okay, gerne. Dann trage ich hier das Spargeld ein. Das ist schon ein schrecklicher Tag gewesen. Ach so, okay. Dann habe ich hier das Spargeld eingetragen. Genau. Für die anderen Plätze brauchen Sie sich nicht entscheiden. Das sind feste Preise. Auf dem dritten Platz ist es eine Reise in Höhe von 15.000 Euro. Die ist zwei Jahre lang gültig. Den können Sie auch gerne an jemand anders übertragen, wenn Sie die Reise nicht selber antreten. Wohin geht die Reise denn? Das können Sie auch selber entscheiden. Kann man das aussuchen? Die Reise ist genau 15.000 Euro wert. Sie können entscheiden, wohin die Reise führt, wie lange und mit wem. Und das ist zwei Jahre lang gültig. Also in den zwei Jahren können Sie es, wann immer Sie es möchten, antreten. Ja, kann man das auch ausbezahlen? Das nicht. Also ausbezahlt bekommen Sie das nicht. Aber wenn Sie es privat weiterverkaufen möchten, das ist natürlich dann auch Ihre Entscheidung. Das ist ja wunderbar. Für die anderen Plätze entscheidet man sich, wie gesagt, nicht. Ja. Auf dem vierten Platz ist es ein Technik-Gutschein von Mediamarkt in Höhe von 8.000 Euro. Und auf den fünften Platz sind es 4.000 Euro Bargeld. Das sind also die fünf Hauptpreise bei der Erziehung. Und alle Preise von Platz 6 bis Platz 20 sind Wert-Gutscheine in Höhe von 1.000 Euro. Wer ist denn da so großzügig und spendet das alles? Von wem kommt das denn? Das sind alles, also die ganzen Filialen, die dann auch mit den Namen da sind. Das sind die Sponsoren, habe ich ja genannt. Also Mercedes, VW, Apple, Samsung, Mediamarkt. Das ist ja großartig. Okay, also es sind Tankgutscheine, Reisegutscheine von Apple Store, Mediamarkt, Samsung, Siemens. Und das sind die Mindestgewinne bei dieser Erziehung. Es gibt also keine kleineren Gewinne. Und niemand geht mit leeren Händen raus. Daher bekommt jeder einen Gewinn. Wenn es also bei den fünf Hauptplätzen nicht klappen sollte, können Sie sich auf einen 1.000 Euro Wert-Gutschein also freuen. Das ist ja großartig. Oh, ich könnte Sie umarmen. Ich freue mich so sehr. Na, ich freue mich mit Ihnen, Herr Otter. Ich hoffe dann auch, dass es bei den Hauptplätzen klappt. Aber wenn nicht, kann man sich sicherlich über 1.000 Euro Wert-Gutschein auch freuen. Das ist ja auch nicht wenig, oder? Das ist ja auf jeden Fall schon mal eine Menge Geld heutzutage. Das sind ja fast 500 Mark. Und außerdem werden Sie den kompletten Gewinn steuerfrei erhalten. Das ist sehr wichtig. Ich werde Ihnen das Ganze jetzt auch erklären. Wenn Sie Fragen haben sollten, stellen Sie mir das auch bitte. Normalerweise bezahlt man ja, wie Sie wissen, 25 Prozent Steuergebühren. Das ist Ihnen sicherlich auch bekannt. Da ich noch nie was gewonnen habe, weiß ich das ja nicht. Aber das ist gut zu wissen. Auf jeden Fall, genau. Aber das hat sich jetzt auf jeden Fall geändert. Sie haben sich einen Gewinn garantiert. Es kann mehr als 1.000 Euro Wert-Gutschein werden, aber nicht weniger. Ja. Daher, da diese ganzen Steuergebühren aufkommen werden, hat man das mit einer kleinen Werbeaktion zusammengebunden. So, dass die Finalisten für die Gewinne auch keine Steuern bezahlen brauchen. Ja, Herr Otter. Also, der Verlag, das ist der Hauptsponsor, der wird bei jedem Gewinn die ganzen Steuergebühren übernehmen und regeln. Also spielt es jetzt auch keine Rolle, wie hoch Ihr Gewinn ist oder welchen Platz Sie erzielen. Ja. Sie werden für den Gewinn keine Steuern bezahlen. Das hat der Verlag übernommen. Sehr gut. Und als kleine Gegenleistung, dass man auch Ihre Steuern bezahlt, bekommen die Finalisten für ein Jahr, auch nicht länger, eine Zeitschrift nach ihrer eigenen Wahl. Der Verlag bezahlt die Steuern. Die Finalisten bezahlen nur die Zeitschrift zweimal halbjährlich. So hat man das also geregelt. Tja, jetzt habe ich sogar noch eine Zeitschrift. Genau. Und die Zeitschrift bekommen Sie insgesamt 14 Monate lang, nicht länger und werden auch nur für die ersten zwölf Monate zweimal halbjährlich bezahlen. Ja. Damit sind also alle Steuergebühren hinfällig, die aufkommen werden. Ja, Herr Otter. Das ist ja großartig. Und die Zeitschrift, die man dafür eingetragen hat, wäre eine einfache, günstige Fernsehzeitschrift. Die hört zu. Das ist auch eines der Hauptsponsoren bei der Finale. Aber wenn Sie etwas anderes wünschen, dann dürften Sie sich, wie gesagt, die Zeitschrift auch selber aussuchen. Ja. Herr Otter. Das wäre schon besser. Wir hören zu. Nein. Ja, also die hört zu. Nein. Okay. Dann dürften Sie die Zeitschrift selber aussuchen. Ja, vor Jahren haben wir das Fernsehen eingestellt, weil das ist ja alles nur Schwachsinn, was da kommt. Und wir müssen trotzdem immer noch die GZ-Gebühren bezahlen. Kennen Sie das Problem? Ja, leider. Ja. Ich sehe auch keinen Fernseher. Ja, das ist ja was... Also das wäre dann einfach nur ein kleiner Sponsor und den dürften Sie sich dann bitte selber aussuchen, Herr Otter. Kann man das denn... Sonst hätten Sie außer Fernseher... Ja, haben Sie was für Haustiere? Leider nicht. Also ich kann Ihnen einfach mal nennen, was es gibt, ja, Herr Otter? Ja, bitte langsam. Also es wären Zeitschriften, Zeitschriften wie zum Beispiel Stern, Spiegel, Fokus, die Zeit oder Frau aktuell, Echo der Freie, Frau Freizeitrevue, Frau mit Herz oder Motorsport aktuell. Haben Sie so Fachzeitschriften für Ziegenzucht? Leider nicht. Also so große Auszahl gibt es leider nicht, weil es ja jetzt kein großer Verlag ist, einfach nur ein kleiner Sponsor, ja, Herr Otter? Daher gibt es leider nicht. Das ist ja schrecklich. Und das ist jetzt dann schon alles gewesen? Warten Sie mal, warten Sie mal ganz kurz. Wäre eine Gartenzeitschrift für Sie interessant, Herr Otter? Eine was, bitte? Eine Gartenzeitschrift. Also zu Hause wohnen. Das heißt über Heim, Haus, Garten. Fürs Altersheim? Nein. Hallo? Das heißt also für zu Hause. Wie bitte? Für den Garten. Wie bitte? Eine Zeitschrift, wo es dann um eine Wohnung geht, um die Wohnung, was man da verschönern kann, bei dem Garten, was man da alles machen kann, sowas in der Art. Sind da so, äh, solche Wohnungsangebote drinnen, wenn das zu vermieten ist? Nein, das ist kein Immobilien, äh... Ja, weil wir haben ja ein Haus. Einen Garten haben wir ja auch schon. Das brauche ich ja nicht mehr. Dann dürfen Sie sich, dann dürfen Sie sich bitte eine Frauenzeitschrift aussuchen für Ihre Gattin oder wie Stern, Spiegel, Fokus, eine Nachrichtenzeitschrift. Ah, das ist jetzt ja eine schwierige Entscheidung. Sie sind ja auch eine junge Frau. Was würden Sie denn sagen, würde so eine Frau in meinem Alter da so interessieren? Denn als ich ihr das letzte Mal was abgebracht habe, dann musste ich zwei Tage lang Dosenessen essen, weil sie da beleidigt gewesen sind. Okay. Oh, das ist aber sehr schwierig. Ich wollte ihr einen Gefallen tun. Hat sie denn Interesse bei Prominenten zum Beispiel? Ja, die redet ja immer von der Merkel. Aha, okay. Also wie wäre es dann mit einer normalen Zeit, wo dann auch sehr vieles über Politik steht? Ja, das wäre nur sehr wichtig, dass das da nicht um Hitler geht, weil wenn sie von denen liest, dann kann sie damit tagelang nicht mehr aufhören. Nein, nein, nein. Das letzte Mal, da hat sie, da haben wir Kuchen gebacken und da bin ich ja dann ins Krankenhaus gekommen und dann hat die Kuchen gebacken, die sahen aus wie Hitler. Okay. Ja, ich finde das nicht so lustig, wir hatten da eine Hausdurchsuchung wegen. Ach was. Ja, aber das darf man ja nicht einfach Hitlerkuchen backen. Ja, Mark, du brauchst jetzt gar nicht so zu schauen. Die haben die ganze Tür kaputt gemacht wegen deinem Kuchen. Ja, und dann mache ich mir mein Essen halt selber, das interessiert mich nicht. Haben Sie eine Zeitschrift für Kochen? Weil das sieht so aus, als ob ich das jetzt selber machen müsste. Moment, ich schaue mal. Also, dann hätte ich zum Beispiel eine Zeitschrift, die heißt Echo der Frau und da sind sehr viele Kochrezepte mit dabei und Kreuz vor Dresel. Wäre das interessant für Sie? Darf man das auch, es ist ja immer eine Frage von Diskriminierung, darf man das als Mann auch machen, so eine Frauenzeitschrift kaufen? Natürlich, natürlich, Herr Otter, also so arg ist das natürlich auch nicht gesehen. Ich weiß das ja nicht, wie Sie das da handhaben. Nicht, dass ich dann da als Perverser bei Ihnen in der Datenbank geführt werde. Oh, um Gottes Willen, nein, natürlich nicht, also ich bitte Sie, Herr Otter. Natürlich dürfen Sie das, das habe ich auch selber angeboten, also, dass dann auch Kochrezepte dabei sind und Kreuz vor Dresel. Also, natürlich sagt der Name nur aus, wie das heißt, sonst heißt es aber nicht, das kann nur eine Frau nehmen. Wie heißt das, wie heißt das nochmal? Echo der Frau. Echo der Frau, die Zeitschriften haben immer so bescheuerte Namen. Okay, also wäre das dann in Ordnung? Haben Sie, ich habe da mal vor längerer Zeit, das hieß der Maulwurf am Morgen, haben Sie das? Leider nicht, Herr Otter, alle Zeitschriften, die ich habe, habe ich Ihnen ja soweit schon vorgelesen, also. Ja, das ist ja eine schwierige Entscheidung. Also entweder versuche ich meiner Margrit jetzt was Gutes zu tun oder ich kaufe mir gleich selber ein Kochbuch, damit ich da unabhängig leben kann. Haben Sie so, steht in dieser Gartenzeitschrift, weil wenn die mir weiter so auf die Nerven geht, dann werde ich das ja nicht mehr lange aushalten. Steht da drin, wie man möglichst tiefe Löcher buddelt, die man hinterher sehr gut verschließen kann? Also das kann ich leider nicht beurteilen. Ich habe die Zeitschrift noch nie gelesen, aber bei jeder Ausgabe wird wohl sicherlich etwas Interessantes auch für Sie dabei sein. Ja, weil irgendwie muss ich die dann ja vergraben. Können Sie mir da vielleicht einen Tipp geben? Also da kenne ich mich leider nicht aus, Herr Otter. Also wenn das in Ordnung ist, werde ich entweder die Echo der Frau eintragen oder die Gartenzeitschrift, welche Sie gerade jetzt in Anspruch nehmen möchten. Ja, und wann werde ich meinen Gewinn bekommen? Also wie gesagt, ist die Beziehung genau heute in zwei Monaten. Sie werden ausgelost und bei den Hauptpreisen werden Sie von mir informiert. Sonst können Sie sich aber selber auch bei der Internetseite auch einloggen, wenn Sie wünschen und das Ganze auch selber verfolgen. Ja, wie ist die Internetseite? Das bekommen Sie alles noch einmal schriftlich. Welche Internetseite das ist, was Ihr Passwort ist, was Ihre Kunden... Hallo? Ich war die Verbindung gerade unterbrochen. Ja, ich höre. Also, das Ganze mit der Zeitschrift und mit den ganzen Internetseiten und welchen Passwort Sie haben, bekommen Sie ja noch schriftlich. Ja, wie war da die Adresse, bitte? Das wird man Ihnen schriftlich zuschicken, Herr Otter. Ja, können Sie mir das jetzt nicht schon mal sagen? Ich möchte es ja schon mal angucken. Ja, aber bei der Webseite können Sie sich nicht einloggen. Deswegen werden Sie einfach nur eine Startseite sehen können. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Nein, da werden Sie einfach nur zwei Autos sehen, Herr Otter. Das ist nicht ausreichend. Ja, das ist doch ein sehr guter Ausblick. Also warten Sie einfach nur ab, bis Sie Ihren Passwort und Ihre Kundennummer dafür erhalten. Ja, wie war jetzt die Adresse? Ich habe Sie nicht verstanden. Hallo. Herr Otter, Sie machen mir aber meine Arbeit wirklich schwer. Ich habe Ihnen mehrmals wiederholt, dass die Webling, also die Internetseite, Ihren Passwort und Ihre Kundennummer per Post erhalten werden. Warten Sie einfach auf Ihren Schreiben, ja, Herr Otter? Wie bitte? Hallo? Also, ich fühle mich so jetzt ein bisschen verarscht von Ihnen, wenn ich das mal so sagen darf, Herr Otter. Ich glaube, Sie machen sich irgendwie lustig über mich, weil die ganze Zeit verstehen Sie mich und auf einmal verstehen Sie mich nicht mehr, wo ich das Ganze mal wieder wiederholen muss. Ja, soll ich Ihnen sagen, woran das liegen könnte? Hallo? Ja, können Sie gerne sagen. Ja, Sie haben es ja schon erraten. Ich habe Sie ziemlich verarscht, weil Sie mir eine Zeitschrift andrehen wollen mit Ihrem betrügerischen Callcenter da. Ja, und Sie haben sich das einfach nur vorgestellt, einfach zusammengereimt. Und was für eine Antwort erwarten Sie jetzt von mir, Herr Otter? Ich weiß nicht. Vielleicht möchten Sie ja noch jemanden grüßen. Oder möchten Sie es gar nicht entkräften? Oder möchten Sie einfach nur sagen, dass ich recht habe? Okay, Herr Otter. Wenn das jetzt aussagt, dass Sie eine Aufzeichnung von mir gemacht haben, ohne mich zu fragen, dann haben Sie sich jetzt eben auch strafbar gemacht. Das wissen Sie denn auch, ja? Ohne mich zu fragen, einfach aufzunehmen und aufzuzeichnen, das ist strafbar. Ja, Herr Otter. Ich habe Ihre Anschrift, ich habe Ihre Adresse, Anschrift, Ihren Namen, alles, was ich hier brauche und könnte Sie auch damit anzeigen, das wissen Sie auch, ja? Ja, dann können Sie ja gleich zur Kripo gehen und denen mitteilen, dass Sie in Deutschland verbotene kalte Anrufe bei Leuten machen und die mit Gewinnversprechen in eine Abo-Falle reinlocken. Dann können Sie gleich den Koffer mit den Klamotten mitnehmen und dann können Sie da bleiben. Sie können gerne mit einer ganz normalen Stimme auch sprechen. Also das sind jetzt ungefähr zehn Minuten, wo Sie sich die ganze Zeit nur angestrengt haben oder so getan haben. Nein, zwanzig Minuten. Naja, zwanzig Minuten, auch egal. Also Sie können gerne auch mit Ihrer ganz normalen Stimme weitersprechen. Ja, das ist in Ordnung. Sie brauchen sich nicht mehr anzustrengen, einfach nur so zu tun, als wären Sie ein alter Mann, zittrig. Und außerdem sind Sie nicht 45er-Geburtsjahr, sondern irgendwas mit 70er-Geburtsjahr, das habe ich auch hier. Ja, hallo. Also, äh, okay. Ja, hallo. Und was haben Sie jetzt davon? Ja, hallo. Oder einfach mir irgendwas unterzustellen, obwohl Sie sich selber beteiligt haben. Also hätten Sie sich nicht beteiligt, würde man bei Ihnen auch gar nicht anrufen können. Ja, hallo. Und die Einfragungsbedingungen brauche ich Ihnen auch gar nicht zu sagen. Stopp, 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 stopp. Bitte? Du hast ja gesagt, ich soll mit normalen Stimmen reden. Hallo. Na, okay. Nun, äh, stellen Sie sich, äh, wie ein Russe an oder was soll ich darauf? Nein, ich bin, ich bin ein Inder. Willst du mit den Russen reden? Der hört sich so an. Ich kann auch den Schweizer machen. Okay, alles klar. Oder Hitler. Was möchtest du hören? Und außerdem, äh, habe ich jetzt gemerkt, dass Sie, ähm, unendlich viel Zeit haben, Herr Otter? Oder ist es Ihnen ganz langweilig, einfach, äh, mit Leuten weiter zu sprechen? Also, äh, äh... Nein, weißt du, mein, mein, mein Ziel, mein Ziel ist, gib doch mal Ruhe da, super blöd. Dass man so alleine und einsam ist, dass man auch sogar... Appostiert Telefon, sogar, äh, such ins Sinn. Hör mir zu. Meine Berufung ist, Menschen davor zu warnen, dass sie am Callcenter verarscht werden. Hast du das verstanden? Okay. Ja, verstanden habe ich das. Und was haben Sie noch vor? Äh, weiß nicht, ich werde jetzt ein Bananen essen und das Video hochladen. Und was wirst du noch machen? Wie viele, wie viele Leute hast du heute schon verarscht? Ja, und amüsiert haben sie mich, weil sie die ganze Zeit dachten, ich habe das Ganze dann auch so hingenommen, wie sie es mir dann einfach... Ja, natürlich hast du doch, 20 Minuten. Ich bin nicht so dumm, wie du aussiehst. Sonst, sonst noch, sonst noch irgendetwas, Herr Otter? Äh, ja, schämen Sie sich eigentlich gar nicht? Sie, äh, ich habe vor drei Monaten, haben Sie mal bei die Inder angerufen und haben denen auch gesagt, 20 Gewinner. Haben Sie drei Monate gebraucht, um 20 Leute anzurufen? Genau. Ja? Also ist alles... Ich stimme ich überhaupt nicht. Ich mache meine Arbeit genau so, wie ich jetzt als Arbeit, das wir ausgesucht haben. Wie viel Provision bezahlen die für einen Betrug? Drei Euro? Oder mehr? Das ist kein Betrug. Also alle Leute, die angerufen werden, sind die Leute, die sich bei dem Preisaufschreiben auch beteiligt haben. Ja, aber die haben euch keine... Das haben Sie nicht vorgemacht. Doch. Also, dann habe ich mal eine Frage. Dann habe ich mal einfach nur eine Frage an Sie. Ja? Wenn Sie sich bei einem Preisaufschreiben nicht beteiligen, wie kann man Sie denn anrufen? Dann sagen Sie mir das mal. Äh, Sie können mir andersrum erklären. Nur weil ich bei Preisausschreiben mitgemacht habe, dürfen Sie mich nicht anrufen. Da gibt es ganz klare Vorgaben. Sie müssen eine schriftliche Werbeeinverständniserklärung von mir haben, damit Sie mich anrufen dürfen. Die habe ich Ihnen nie gegeben, auch wenn ich bei Gewinnspielen mitmache. Hätten Sie das nicht gemacht, hätten Sie das nicht gemacht, würde ich Sie auch nicht anrufen können. Nein, habe ich aber nicht gemacht. Ich weiß auch gar nicht mal, ob Sie den richtigen Namen angegeben haben. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Hans Otter gibt es gar nicht. Guck doch mal rein. Hans Otter in Otterweg. Merkst du das nicht bei Kopf? Merkst du das nicht? Das hätte sowieso keinen Sinn. Wir müssen natürlich auch mit Ihnen uns gut verständigen können, weil Sie jetzt auch nicht so gut sprechen können. Würde man das Ihnen sowieso schriftlich zuschicken müssen. Nein, will man ja nicht haben. Ich habe Ihnen das am Anfang gesagt. Okay. Also Sie haben etwas Schwierigkeiten, die deutsche Sprache zu sprechen und ich verstehe Sie auch sehr, sehr schlecht. Ja, wir können auch Schweizerdeutsch miteinander sprechen. Ich kann Sie wunderbar verstehen. Ja, nun möchten Sie mir einfach nur beweisen, dass Sie Deutsch in allen Akzenten sprechen können. Ja, sicherlich. Was soll ich daraus verstehen? Ich bin da auch ganz besonders talentiert in dieser Angelegenheit. Möchten Sie mit Adolf Hitler sprechen? Ja, okay. Und was soll das jetzt bewirken? Was soll ich davon jetzt... Was soll es jetzt also bewirken am besten? Ja, für Sie soll das vielleicht bewirken, dass Sie sich mal eine anständige Arbeit suchen. Und ich habe meinen Spaß gehabt. Also was meine Arbeit angeht, das geht Sie überhaupt nichts an. Natürlich. Die Personen, die sich überall bei den... Natürlich nicht. Sie beteiligen sich bei allen Preisausschreiben und dann beschweren Sie sich, dass man Sie diesbezüglich anruft. Nein, ich habe mich nie beschwert. Sie hätten nichts Besseres zu tun, als ein Telefonbuch reinzuschauen. Und da stehen Sie sicherlich nicht mit Ihrem Geburtsdatum nach. Nein, sicherlich nicht. Also müssen Sie sich doch irgendwie beteiligt haben. Nein, sicherlich nicht. Und ich werde so etwas nie wieder tun. Ich schwöre es Ihnen. Oh, das freut mich auch für Sie. Also, dann wünsche ich Ihnen alles Gutes wie Spaß. Wie ist denn das Wetter in Istanbul bei Ihnen? Nachsschwankungen. Jetzt hat sie aufgelegt. Ich mache den Leuten zu viel Angst. Ich kann das überhaupt nicht verstehen.